Also meine Oma hatte schon so lange Haare, meine Mutter hatte schon so lange Haare, das ist im Prinzip Familientransition, jetzt wollte ich auch so lange Haare haben. Als Prinz, meine Aufgaben sind mich auf das Regieren vorzubereiten und später standhaft auch die Krone zu verteidigen. Sprich mir nach, ich bin ein holdes Mädchen. Aber so in deinem Alter, da geht man doch eigentlich noch in die Schule, oder? Ja, da muss man leider, das ist so ein Ding, ich glaube das werde ich abschaffen, wenn ich eine Krone habe und auch hier. Stell dir vor, Prinz Willem Alexander, gerade frisch eingeführt ins Amt und seine alte Mutter hat er vererbt jetzt. Oh ne, nein. Deine Frau ist der Prinzesskönig und mach jetzt nicht so einen Wund daraus. Ich muss dabei hier doof rumstehen die ganze Zeit. Na, ich bin jedenfalls der König von diesem Land, vom Land Berlin. Und ich natürlich die Königin. Ist ja zu sehen, oder? Denn wir haben einen Haus- und Hofdrachen, der unser ganzes Königreich beschützt. Stimmt's Liebling? Da geht's uns richtig gut. Ja. Geht's uns nicht richtig gut? Ja, mein Schatz, jetzt geht's gut. Mit meiner Mütze? Tja, hast du so mitgebracht? Ja. Das Land zu beherrschen ist schon eine ganz coole Beruf, schöner Beruf, das Land zu beherrschen. Können wir super. Was? Wenn ich die habe, die die Macht, dann klappt es auch. Vielleicht nicht mit dem Zaubern, aber dann wird alles gut. Und das ist ja völlig gewissenlos. Also zu unserer Zeit hätten sich Hexen so etwas nicht getraut. Stimmt's Liebling? Wie seid ihr denn König und Königin geworden? Wie, der König? Ja. Wirst ihr alleine zählen? Ja. Irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dann hatte ich eine Krone auf. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay. Und wieso fragst du es überhaupt, Sohn? Ja. Du musst doch wissen, wie deine Eltern König und Königin geworden sind. Sie tanzen. Na, sag mal. Ich habe mir die Macht in diesem Königreich. Ja. Ich habe aber aufgetanzen. Quack, quack. Habe ich euch in Tanzmäuse verwandelt? Ja. Nein. Geht das jetzt mal weiter hier, oder was? Lass sie lernen, glücklich sein. Viele, viele Tage. Guck, quack, 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 quack. Genau, so eine alte Berne, den haben wir einfach verscheucht und wir hier bergen und herab und dann haben wir uns da verkrochen und wir finden nicht raus aus dem Wald. Wir suchen immer noch jemanden, der uns aus dem Wald rausführen tut. Vielleicht kann das auch der König, wir sind übrigens auch König und Königin. Wir sind König und Königin, das Lein zu beherrschen. Haben Sie eigentlich eine Akkreditierung? Haben Sie überhaupt die Erlaubnis hier Filme zu reden in unserem Königweich?